Johen Katz, den Vincent Wadewitz, den Robby Klose, Paul Henschel, Jason Noack und den Tom Fischer. So, im dritten Finale haben wir ein relativ dicht gedrängtes Feld auf der Strecke. Alle Fahrer kämpfen um jede Position, jeder will aufs Kreppchen. Die Klasse wurde aufwendig. Die vorletzte Gerade ist angebrochen. Es gab einen Sturz. So, jetzt soll man kräftig anfeuern. Die Fahrer sind auf der letzten Gerade und brauchen jede Unterstützung, die sie bekommen können.